Hallo zusammen, wir machen jetzt gerade die Auslosung vom Giulia Gold-Paket und dem Super-Jay, den wir gewinnen können. Gewonnen hat den Walsersport aus Brugge mit Martina Indritzi. Ihr habt ein Super-Jay-Package gewonnen und der Promosteller von Giulia Steigrüber wird noch umvisiert von Giulia persönlich. Liebes Walsersport-Team, wir werden Giulia Steigrüber, die aktuelle Europameisterin im Sprung in Macklingen im Training treffen. Wir werden ihr den Promosteller mitbringen und sie wird ihn persönlich für euch visieren. Wir werden euch natürlich dabei bringen. Bis dann!